Musik Exklusives Wohnen in München, das bietet Munich Vibes. Renditestarke Immobilien zur Vermietung, die nicht nur nach Unabhängigkeit strebende Münchner ansprechen, sondern vielschichtige Mieterzielgruppen, die hungrig nach Freiheit und Selbstbestimmung sind. Wohnungen, die angepasst an den flexiblen und individuellen Lebensstil der Münchner sind und die, die es werden wollen. Munich Vibes, Wohnstudios in grüner Lage, mitten am Top-Standort München. Neben der Grundausstattung pur, bestehend aus hochwertigen Einbauten, effizientem Interieur und voll ausgebauter Technik, können Sie Ihr Immobilieninvestment auf Wunsch noch weiter individualisieren. Wählen Sie das kreative Zusatzkonzept Design und erschaffen Sie das passende Look & Feel für Ihre Wohneinheit. Das perfekte Upgrade mit erlesenen Stoffen, faszinierenden Texturen und Materialien. Kreativ, individuell und einzigartig. So wie Sie. Lassen Sie sich für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München begeistern. Smart, komfortabel und voll ausgestattet. Perfekt als Erst- oder Zweitwohnung in der bayerischen Metropole. Wenn Sie mehr über die exklusiven Wohnungen erfahren möchten, dann kontaktieren Sie die Mitarbeiter der Ott Investment AG. Ott Investment AG, wenn es um besondere Immobilien geht. Gerne empfehlen wir Ihnen das Buch Mit Immobilien mehr verdienen – die Sachwertstrategie für das neue Jahrtausend von Rainer Ott. In sehr verständlicher Form zeigt der Buchautor auf, warum es gerade heute sinnvoll ist, in Immobilien zu investieren.